Ja, servus Leute bei Bastis zweiter Kanal. Ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem kleinen Update-Video. Es kamen jetzt ja schon lange keine Videos mehr von mir. Ja, ich dachte mir, ich bin gerade mit dem Auto unterwegs, ein bisschen einkaufen und dachte mir, ich mache mal so ein kleines Video aus dem Auto raus. Einfach mal zu fragen, wie es euch so geht, wie es euch gerade momentan in dieser Scheißzeit mit Corona geht, was jetzt alles wieder verboten würde und alles so passiert. Ja, würde mich sehr interessieren, was ihr so macht, wie es euch geht und wollte auch für dieses Video mal ein kleines Update geben, dass jetzt demnächst ein kleines Schrauber-Video kommt vom Kimco Like. Da werde ich die Hinterradbremse ausbauen und Zündkerze wechseln und mal so eine kleine Wartung vornehmen. Könnt ihr gespannt sein, da kommt wieder mal ein kleines Video und bis dorthin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Restsamstag, falls das Wetter, naja, gut, so schön ist das Wetter nicht. Und macht's gut. Bis dann, ciao, ciao. Bis dann, ciao. Vielen Dank.